Hallo und herzlich willkommen im September. Es ist so krass. Seit ich diese Themenmonate mache, finde ich, dass die Zeit wieder so krass rennt und vergeht. Und in diesem Monat geht es um Themen, die ihr euch in der Umfrage sehr doll gewünscht habt, die ich vor einigen Wochen gemacht habe. Und zwar wird es in diesem Monat um Themen wie Zeitmanagement gehen. Also wie managt ihr euren Alltag, dass der stressfreier wird, dass ihr Zeit für euch einbauen könnt. Es wird um Routinen gehen. Es wird darum gehen, Ordnung zu halten. Ich werde euch ganz viele Tipps und Tricks geben. Ich werde euch Produkte vorstellen, die ich selber benutze, um meinen Alltag zu organisieren. Es geht darum, wie ihr euren Alltag mit den Kindern entschleunigen könnt, wie ihr zur Ruhe kommen könnt. Und all diese Themen werde ich in diesem Monat ansprechen. Und ich habe auch wieder ein kleines Gewinnspiel. Das werdet ihr dann erfahren, wenn es soweit ist. Und ich habe noch eine Ankündigung zu machen, denn es gibt jetzt endlich auch eine Facebook-Gruppe. Es gibt eine Frau Farbenfrohe Facebook-Gruppe, die ich euch jetzt unten in der Infobox verlinke. Und da könnt ihr beitreten und dann können wir uns ein bisschen aktiver austauschen. Also da wird es dann immer mal wieder so Tage geben, wo ihr gerne mal schreiben könnt, was ihr aktuell vielleicht für Probleme, für Fragen habt. Und dann können wir uns gegenseitig unterstützen. Ich weiß das ganz, ganz viel und da freue ich mich mega drüber, gerade damit beginnen zu meditieren, weil ich halt so oft darüber gequatscht habe. Und dann können wir da auch austauschen, welche tollen YouTube-Videos ihr zur Meditation zum Beispiel benutzt, welche ihr empfehlen könnt, welche ich euch empfehlen kann. Dann kann ich das viel leichter noch teilen, wenn ich auch mal was Cooles sehe beispielsweise. Und ich freue mich mega auf den Austausch mit euch in der Facebook-Gruppe. Deswegen geht jetzt einfach direkt unten auf den Link, tretet bei und wir sehen uns dann dort oder im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.